Im letzten Videotraining haben wir uns über die Hauptbedienfunktionen unterhalten. Und das ist auch sehr gut und sehr wichtig, weil die Hauptbedienfunktionen zu identifizieren, ist eine der wesentlichsten, einer der elementarsten Forderungen der IEC 62366. Und genau bei dieser Identifikation der Hauptbedienfunktionen passieren Herstellern, Medizinproduktehersteller, immer und immer wieder Fehler. Und wie sie diese Fehler vermeiden, die nachher im Audi zum Problem werden könnten, genau das möchte ich Ihnen in diesem kurzen Video verraten. Ich bin Christian Jona und mit meinem Usability-Guru Thomas Geis bitte ich am Institut des Seminars Usability, Requirements und IEC 62366 an. Ich engagiere mich selber im Normenkreis der 62366. Und Thomas Geis ist Editor einer der wichtigsten Normen in Bezug auf Gebrauchstauglichkeit. Ich möchte sogar fast sagen, die wichtigste Usability-Norm, nämlich die ISO 9241. Und dass Thomas Geis ein Usability-Guru ist, das sehe nicht nur ich so, sondern auch andere, beispielsweise die German UPA, also die Vereinigung der Usability and User Experience Professionals in Deutschland. Die haben ihn nämlich ausgezeichnet mit einem Lifetime Achievement Award. Ja, was ist jetzt das Problem mit diesen Hauptbedienfunktionen? Die Norm liefert uns doch eine schöne Definition. Aktuell lautet diese Definition nämlich noch, in der Hauptbedienfunktion sind alle häufig benutzten, beziehungsweise alle mit der Sicherheit dieses Medizinproduktes zusammenhängenden Funktionen, die mit einer Benutzerinteraktion verbunden sind. Noch eins vergisst die Norm zu definieren, nämlich was eine Funktion ist. Wenn Sie dann im Anhang nachschauen, was sie als Funktionen, als Beispiele aufführt, finden Sie die folgenden. Ein Gerät ein- und ausschalten, eine Pumpe programmieren, ein Infusionsset einsetzen und auswechseln. Das Problem ist nur, zwei dieser drei Beispiele sind gar keine Funktion. Ein Gerät ein- und ausschalten, das ist eine Funktion. Aber eine Pumpe programmieren ist eine Aufgabe. Ein Infusionsset einsetzen und auswechseln sind zwei Teilaufgaben, wahrscheinlich im Rahmen der Aufgabe, ein Infusionsgerät vorzubereiten. Und wenn die Norm das schon durcheinander bringt, ja, dann haben es die Hersteller umso schwerer. Uns fehlen also diese Definitionen. Thomas Geiss hat aus bestehenden Usability-Normen eine zusammengestellt. Demnach sind Funktionen, alle Steuerelemente und Informationen an der Benutzer-Produktschnittstelle, die zur Erledigung einer Aufgabe mithilfe des Systems notwendig sind. Alle Steuerelemente und alle Informationen. Beispiele für Steuerelemente wären, ja, an der Infusionspumpe Flussrate einstellen oder bei einem medizinischen Bildbetrachtungsprogramm Ausschnitt vergrößern oder Kontrastverhältnis einstellen. Informationen könnten sein, ja, zum Beispiel der aktuelle Blutdruck oder ein Alarm, Achtung, Herzfrequenz zu niedrig oder bei einer OP-Leuchte, bitte Lampen in sechs Tagen auswechseln. Das wären Beispiele für Steuerelemente und für Informationen. Und diese Steuerelemente und Informationen werden dann üblicherweise mit konkreten UI-Elementen realisiert, also mit Schaltern, mit Tastern oder mit Displays. Wenn Sie also unsicher sind, ob Sie jetzt eine Funktion, eine Teilaufgabe oder eine Aufgabe haben, prüfen Sie immer, ob Sie es an der Oberfläche erkennen können, an der Benutzer-Produktschnittstelle. Alles, was Sie daran nicht erkennen können, sind keine Funktionen. Also eine Pumpe zu programmieren, können Sie nicht erkennen. Sie können aber erkennen, Flussrate einstellen, da gibt es ein Element dafür. Gerät ein- und ausschalten, da gibt es ein Element dafür. Hingegen Pumpe programmieren würde nur sozusagen mit verschiedenen Elementen realisiert werden können, also zum Beispiel das Programm auswählen. Aber dann haben wir eben wieder eine Funktion. Also die kurze Formel lautet, immer wenn Sie es erkennen können am Gerät, ein Steuerelement oder eine Information, haben Sie eine Funktion und andernfalls irgendwas anderes, wahrscheinlich eine Aufgabe. Wenn Sie noch Fragen haben zum Thema Usability Engineering, also nicht nur in Bezug auf Funktionen und Hauptfunktionen, dann schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail oder hinterlassen Sie mir eine Nachricht. Ich würde mich auch sehr freuen über einen Kommentar. Also schreiben Sie mir, wenn Sie noch Fragen haben und hinterlassen Sie mir Ihre Kommentare. Ich freue mich schon drauf.